Zum Thema der Berufswahl. Es ist immer wieder erstaunlich, wie leichtfertig, wie unprofessionell, ja geradezu schlampig oder abstrus die Leute in die Berufe kommen oder eine Berufsausbildung auswählen. Ein naher Verwandter von mir zum Beispiel, vor ganz, ganz vielen Jahren nach dem Krieg, der hatte dann zum Abitur einen Vortrag von dem bedeutendsten Rechtsanwalt des Ortes und der kam also mit einem großen Mercedes vorgefahren und das fand mein Verwandter irgendwie doch sehr beeindruckend und daraufhin hat er Jura studiert. Also, und das ist so, solche Geschichten sind sicher gar kein Einzelfall. Und es ist so, dass da aber die Wurzel liegt, warum so viele Leute im Lauf des Lebens gar nicht so richtig zufrieden sind. Es geht nicht so sehr um ein Scheitern im Beruf oder weniger Erfolg haben, sondern dass das Gesamtpaket irgendwie nicht stimmt. Und es gibt zwei Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Die muss man übereinbringen, wenn es darum geht, den richtigen Beruf zu wählen. Und das ist eben doch so ein wichtiges Thema, weil man verbringt ja die meiste Zeit seines Lebens durchaus im Beruf. Was sind diese zwei Faktoren? Das eine ist, was für eine Neigung steckt in mir drin, in meinem Charakter? Was für eine Neigung habe ich? Und das andere ist der zweite Faktor, welche Fähigkeit habe ich? Mit welchen Fähigkeiten bin ich gesegnet? Und diese beiden muss man übereinbringen. Ich gebe mal ein Beispiel. Man hat vielleicht die Fähigkeit, Pilot zu werden. Wenn man aber von der Neigung her ein extrem extrovertierter Mensch ist, ist das völlig fatal, weil man verbringt die meiste Zeit seines Berufes im Cockpit mit ein oder zwei Personen und kann seine Extrovertiertheit gar nicht ausleben. Das heißt, wenn so ein Mensch dennoch Pilot wird, dann heißt das nicht, dass der ein schlechter Pilot wird. Der wird auch befördert. Aber der wird im Zweifelsfall ein Leben lang irgendwas in sich tragen, wo er sagt, da stimmt doch irgendwas nicht. Und das Gleiche gilt auch am Ende des Tages für, sagen wir, den Tierarzt. Das heißt, ein Mensch, der die Fähigkeit hat, das Studium zu bewältigen und so weiter und so fort, ist nicht automatisch richtig aufgehoben als Tierarzt, wenn er nicht ein starkes Mitgefühl, also gesegnet ist mit Empathie für andere. Wenn man das nicht übereinbringt, wie gesagt, kommt das zu ganz großen Problemen. Und ich stelle fest, dass kaum Menschen sich mit diesen beiden Faktoren auseinandersetzen, bevor sie in den Beruf gehen oder wenn sie den Beruf mal wechseln wollen.